Anscheinend haben die Doyles ihren letzten Kampf hinter sich. Lyne wird über ihr Schicksal Bescheid wissen wollen. Was geht euch durch den Kopf? Das ist wirklich schade. Genauso stur, wie sie sich verhielten, wenn man mit ihnen reden wollte, waren sie auch im Kampf. Es wäre gut gewesen, sie dabei zu behaben. Sobald ihr hier erledigt ist, werden wir einige der Jungs aussenden, um sie zurückzuholen, damit wir ihnen ein anständiges Begräbnis verschaffen können. Fahrt mit euch!